Wir bieten ein abwechslungsreiches Sportprogramm für Studierende und Mitarbeitende der Justus Liebig Universität Gießen. Viermal jährlich erscheint das AHS-Programm. Über 250 Kurse pro Woche in mehr als 80 Sportarten. Dafür sorgt unser qualifiziertes Team aus über 160 Übungsleitenden. Athletinnen und Athleten der JLU nehmen regelmäßig an nationalen und internationalen Hochschulmeisterschaften teil. Wir wollen Bewegung und Sport in alle Bereiche der Universität bringen. Damit schaffen wir einen Ausgleich zum langen Sitzen im Hochschulalltag. Wir besuchen mit unserem JLU Pausenexpress die Beschäftigten in ihren Büros. An einem Tag der Woche wird für 15 Minuten die Arbeitszeit unterbrochen und mit einer Bewegungspause aktiv gestaltet. Der Studi Pausenexpress kommt in der Mitte einer Lehrveranstaltung in die Hörsäle und Seminarräume. Die kurze bewegte Pause lockert die Muskulatur und fördert Konzentration und Aufnahmefähigkeit. Anspannung und Druck führen schnell zu Überlastungen. Der AHS bietet dem Stress im Studium und im Beruf die Stirn. Möchtest du etwas für deine Gesundheit und Fitness tun? Möchtest du neue Sportarten ausprobieren? Suchst du einen aktiven Ausgleich zum Lernen und Arbeiten? Möchtest du neue Freundinnen und Freunde finden? Oder willst du einzigartige Fairplay-Momente im Team erleben? Dann werde Teil des Hochschulsports an der JLU. Probier dich aus. Erlebe deine Bewegungsfreiheit und knüpfe Freundschaften fürs Leben. Wir bringen Menschen zusammen. Auf unserer Homepage kann man sich ganz einfach online für unser Sportprogramm anmelden. Einen Sportkurs auswählen, auf den Button Buchen klicken und sich durch den Buchungsprozess führen lassen. Für jeden ist etwas dabei und jeder kann teilnehmen. Sei klug und beweg dich. Herzlich willkommen beim AHS. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wir freuen uns, dass du dabei bist. W routes Krempiforzer talkier ந Zungen legislativlos.